hallo und herzlich willkommen ich bin der laut und ich begrüße euch bei judgment herzlich das wahrerisch herzlich jetzt die begrüßung mit richtigem rollenden her herzlich wir sind wieder bei judgment ja genau das ist der das der speicher menü punkt den wir immer noch seit dem letzten mal haben jetzt beenden wir die app wir sind mal gespannt wie es weitergeht wahrscheinlich mit kapitel 2 gehe ich mal fest davon aus ja und wir sind immer noch auf der suche auf auf der suche wer kommen wir ermordet hat und jetzt 2018年 kamurochowde war kanzai-kara-sinsitzschuh-no-boku-dow-tach-ga-tsig-tsig-tsig-ni-kor-sare-sono-me-o-e-gu-ri-das-ar-it-e-it-a kaste弁護士だった kamurochow-no-tan-teig-yagami-taka-yuki-wa-yongi-sha-no-aribai-wo-show-mei-shi-daga-dou-ji-ni-shi-han-nin-no-sonzai-wo-ok-ma-jika-ni-kann-jil genau maulwurf so jetzt kapitel 2 unter der oberfläche okay wir sind sehr gespannt hat sie im trüftigen kanzai-kann-jagr der kohle-maden-san-ni-ni-ni-an-kuh-mei-gai-ni-kuh-mu-ni-ni-ak-tah-i-dau-ji-an-ni-kuh-ma-mog-gurt Amura hat also mit dem Maulwurf zusammengearbeitet. Vielleicht ist er sogar in alle drei Fälle verwickelt. Ja. Ja. Die Leiche wurde also im selben Zustand gefunden wie die von Kumi. Die Leiche wurde im selben Zustand gefunden. Ja. 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 das ist echt sehr praktisch moment falsch abgebogen so muss man ja eigentlich schon gleich am ziel sein sehr schön wenn wir in diese gasse müssen wir so okay hier sind wir alles klar die seine straße bei tai kaisi street ok so hier wurde das zweite opfer des maulwurfs gefunden wenn ich mich recht erinnere wurde die leiche in einer mülltonne gefunden also etwa hier hier bringen sie den müll raus oder die leiche muss hier irgendwo gelegen haben der mord ist allerdings schon monate her vermutlich sind keine spuren der leiche mehr vorhanden wahrscheinlich ich sollte mir das noch mal ich sollte mir das mal genauer ansehen war mal ihr miaut ist die ganze zeit so schau mal eine katze sehr schön streudende katze was soll man es jetzt hier noch mal genauer anschauen untersuche die müll ablage was ist denn das denn ausgezeichnete schraube okay ach das hat sicher gar nichts mit dem fall zu tun schätze es gibt keine spuren des mordes mehr hier ist nichts mehr zu finden okay wo das hätte man diese mücken wie sie hasse du hast es auch nur im sommer der fall so und jetzt okay was 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 hey was 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 das ich habe doch gedrückt ich hab doch ich hatte doch getrückt mal schauen ob man fliegen da vorne ist er komm schon das gibt es doch nicht wo ist er denn jetzt so wo ist denn der na klasse müssen wir nochmal machen oder ja wiederholen toll 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 mit verwoll scheiße das war schlecht es war schlecht okay ich gebe es zu es war schlecht 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 komm okay jetzt wird es jetzt wird es besser komm schon das ist komm schon jetzt sind wir doch an ihm dran ach ich drücke immer ach mensch warum läuft er denn da lang jetzt hat doch absolut keinen sinn komm schon beeil dich ein bisschen da vorne ist er oh Sama komm schon jetzt jetzt schnell 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 komm schon komm schon wir sind immer noch an ihm dran okay 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 verfolgung abgeschlossen gut gut okay wenigstens etwas mit Oh jeee! Oh jeee! Desssssssssssss Tuck? Oh, er hilft uns! Krass! Ré, du hast dich erwartet! Das ist das Your Verteidigte. Es ist dein. Es ist egal, aber es ist egal, aber es hat uns geholfen. Danke. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht. Krass. Hey, der Anruf wurde unterbrochen. Alles klar bei dir? Ich habe Ayabe erreicht. Er versucht so viel wie möglich über den Maulwurf herauszufinden. Warte einfach ab, bis wir von ihm hören. Okay. 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 Kein Problem. Puh, ich bin ganz schön fertig. Vielleicht sollte ich mal bei Genda-Sensei vorbeischauen. Sprich mit Genda, das können wir eigentlich tatsächlich noch machen. Dazu müssen wir mal kurz auf die Karte linsen. Dann müssen wir hier hin. Okay. So. Und jetzt los. Na. Konto, der Obdachlor. Entschuldige, ich will dir keinen Schrecken einjagen. Aber ich brauche dringend Hilfe. Okay. Was denn los? Bist du verletzt? Mein Magen. Mein Magen. Tut auf einmal so weh. Stöhnen. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein, bitte nicht. Dafür habe ich kein Geld. Bitte. Hol einfach Moroboshi-Sensei. Er ist ein Arzt. Okay. Ja, er müsste in der Kanalisation sein. Du kommst durch den Kanaldeckel im Children's Park zu ihm. Okay. Okay, warte hier. Aha. Er weiß Bescheid, wenn du ihm sagst, das Konto ihn braucht. Bitte beeil dich. Okay. Wieso sollte sich ein Arzt in der Kanalisation herumtreiben? Naja, egal. Darauf kommt es wohl gerade nicht an. Genau. Okay. Okay, dann müssen wir zur Kanalisation. Die ist da. Okay. So. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Aber okay. Gehen wir mal da hin. Es bleibt jetzt eh nichts anderes übrig. Wie so kleine Nebenaufgaben machen wir jetzt noch. So. Sorry. Schon lange keine Schlägerei mehr gehabt. Aber die drei sehen aus, als wollten sie gleich Ärger machen. Ich habe mir das fast gedacht. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Ich mache jetzt ein bisschen Schnuppel gerade. So. So. Okay. Es sei denn, sie folgen mir hier mit. Hallo. Oh, machen sie tatsächlich. Cool. So. Ah ja. Okay. Alles klar. Es funktioniert. Wollte mal das Ausweichen probieren. Alter. Komm schon. Komm schon. Was kommt denn jetzt hier? Okay. Sehr geil. Kommst du auch noch zu mir? Komm, ich helfe dir drüber. Oder ey. Okay. So. Zack. Okay. Okay. So. Oh. Ah Ruiz. Okay. Dann quatsch mal mit denen. Brauchst du irgendwas? Oh nein. Nichts besonderes. Dann lass mich gefälligst in Ruhe. Ich schätze diese Einstellung hat ihn hierher gebracht. Genau. Ja. Okay. So. Ah. Da ist doch so ein Kanaldeckel, oder? Untersuchen. Hey. Jetzt kommen die Hero Turtles. Super starke Hero Turtles. Okay. Gucken wir mal. Wo unser Arzt ist. Aha. Hier ist er doch. Das sieht nach Arzt aus. Hallo. Hey. Sind sie Moroboshi-Sensei? Mhm. Das bin ich. Und wer bist du? Jagami. Ich bin Jagami. Sag mir nichts. Also, was willst du? Was sollte ich dem Kerl nochmal sagen? Dein Kumpel braucht dich. Kondo braucht dich. Moroboshi braucht dich. Der Kondor hat das Nest verlassen. Okay. Kondo braucht dich. Da ist dieser Obdachlose. Er heißt Kondo. Kennst du ihn? Er hat mich gebeten, dich zu rufen. Was? Kondosan braucht mich? Ja. Er meinte, er hätte starke Bauchschmerzen. Wo ist er? Im Public Park? Wie? Also, es klappt doch. Sehr schön. Und der Boah. Hätte mir das auch geklärt. Geh? Puh. Ich hab's überlebt. Vielen Dank, Doc. Das gilt auch für dich, Mann. Danke. Wohl. Hast du wieder irgendwas komisches gegessen? Hm. Mal überlegen. Ich hab gestern in den Mülltonnen auf der Pink Street gewühlt. Da war auch was Fischiges dabei. Meine Güte. Haha. Ups. Sieht aus, als hätte Kondo es wieder getan. Yagami-san. 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 Richtig, oder? Ja. Bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten. Der Kerl isst ständig irgendwelchen Müll und verdirbt sich den Markt. Ah, ja. Okay, okay, okay. So. Kein Problem. Eins will ich aber noch wissen. Bist du wirklich Arzt? Hm. Ja. Oder zumindest war ich das mal. Aber das ist lange, lange her. Moroboshi-sensei war früher Arzt an einer riesigen medizinischen Fakultät. Haha. Aber er ist ganz unten, seit er seine Chance verspielt hat Professor zu werden. Und jetzt hilft er uns. Ah? Du redest zu viel, Kondo-san. Haha. Upsi. Mein Fehler. Yagami-san. Hier, Yagami-san. Für deine Mühen. Ich weiß es nicht viel. Ah, ein Verbandskasten. Dankeschön. Du kannst dich jetzt von Moroboshi behandeln lassen. Und bei den Verbandskästen kaufen. Nice. Ich weiß es trotzdem zu schätzen. Gut. Dann geh ich mal wieder. Yagami-san. Danke für deine Hilfe, Yagami-san. Wir sehen uns. Ja. Auf jeden Fall. So. Okay. Sprich mit Genda. Das werden wir machen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Episode. Wenn es dann wieder heißt Judgment. Wenn euch diese Episode gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr gerne mal einen Like verlassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Fühlt euch da frisch vom Vögel frei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye. Ciao, 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 ciao.